1, 1, 1, 1, 1, auf! Bis Leute! Es geht mir gut! Oh, ich hab was zwischen den Zähnen. Huh! Ahh! Ein Euro! Nicht schlecht für den Anfang! Das ist Sonntagmorgen. Wisst ihr, was es heißt? Heiligen Even though. Was heißt es denn? Das heißt, draußen geht bestimmt voll die Post ab. Mal abchecken. Ich will sterben. Ich bin als erster aufgewacht. Das heißt, ich kann etwas Böses machen. Und hier ist der Pono Star. Timo! Ich habe nichts damit zu tun. Ja, Baby. Oh, fuck, fuck. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ich gehe zu mir nach Hause und mache andere andere Sachen. Und da wird gespart. Scheiße, die Bund kommen. Na auf, lauf, Bruder. Werter Schwein. 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 Jetzt für nur 99 Cent. Jetzt sieht es wie unsere Oma aus. Frühstück beim McDonalds. Ich liebe es. Hallo meine Damen und Herren. Willkommen zu der neuen Sendung Die Einsame Wildnis. Heute beobachten wir ein zeltsames Tier. Seht euch das an. Ich glaube es denkt nach. Es will zwar ungestört bleiben, aber ich gebe ihm was zu essen. Hier. Es ist kein Mensch. Es ist nur ein Tier. Oh nein, es versteht mich. Das macht mir Angst. Oh nein, oh nein verdammt. Es hat sich bewegt. Es hat sich bewegt. Das hier ist der härteste Knast der Flaschen. Ich wurde getroffen. Das ist Deutschland. Diese Leiche wird erst in so 4-5 Jahren entdeckt. Guckt mal was ich kann. Nichts. Guckt mal was ich kann. Nichts. Guckt mal was ich kann. Nichts. Ich fliege wie ein Vogel. Das ist nicht lustig, oder? Ja, Mann. Schon voll so. Mir wird gleich schlecht. Langsam wird es mir schlecht. Oh, fuck, fuck, fuck. Ich fliege gleich raus, Alter. Harte Jungs trinken Capri-Zone. No risk, no fun. Das ist mein Motto. Das ist mein Motto. Sie haben nichts gesehen. Keine Außenseiter, nein. Keine Außenseiter. Hier ebenfalls. Nichts gesehen. Nichts gesehen. Genau, Sie machen es richtig. Perfekt, ja genau. Bekomme ich die Stelle? Ich glaube nicht, der junge Mann ist schon da. Was? Nichts. Bravo schreibt. Ist Selena eine Bitch? Selena Gomez, die kennt ihr doch, oder? Hier steht es. Ist Selena eine Bitch? Ich meine, ist es okay? Was meint ihr denn? Das ist eine 16-jährige. Über die sowas zu schreiben. Ich meine, was würde hier Vater dazu sagen, wenn er wüsste, was Bravo in Deutschland über sie schreibt. Ist Selena eine Bitch? Ist doch nicht okay, oder? Ist Selena eine Bitch? Was hast du denn gemacht? Ich habe Twilight-Buziale Edition gekauft. Du hast Twilight-Speziale Edition kaputt gemacht. Das ist die Spezial Edition, die ich für 20 Euro gekauft habe. Für 25. Was erlaubst du eigentlich? Du meinst, du kannst dir nichts erlauben, oder? Ich darf auch ein Blumenbärchen. Pass auf. Oh nein. Pass auf, meine Bella. Ich sage nur eins, Bruder. Du Sonntag ist... Scheiße. Eins, eins.